Das ist wieder eine Laterne mitten drin, ne? In deinem Bild. Naja, ist egal. Und wie viele Linksverteidiger? Ist doch immer. Nicht rechtsverteidiger? Ist immer links. Und wie viele mit rechts aus, nicht links aus? Wenn ich spiele am meisten auf der gleichen Seite oder nicht? Schön. Weil Philipp dann links spielt. Schön laufen, ne? Ich bin echt da dran. Aber ich finde den Platz nicht weg. Ja, Mann. Ja? Ich sehe wieder Ball hoch. Bist du schon. Aber wie viele Skype auch? Wir haben das mal hingegen. Wir haben das mal wieder. Ich bin echt einer. Das ist dynamischer Junge. Dynamischer heißt, dritten, oder wie das aussieht? Dynamischer. Ah, flach. Ja, genau. 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 Ja, genau.